Ist der Valentinstag erlaubt? Und dieses ist unser Fest, sagte er sallallahu alaihi wa sallam. Das ist unser Fest. Darüber hat er gesprochen, sallallahu alaihi wa sallam. Das sind unsere Feste. Jede Sache, die eine Aada hat, das heißt, die wiederholt wird, egal ob das jede Woche ist, jeder Monat, jedes Jahr, dieses ist bei uns in der Religion ein Fest. Ist das bei Valentinstag der Fall? Ja oder nein? Wann ist das immer? Jedes? Jedes Jahr. Jedes Jahr. Passt auf. Woher kommt dieser Valentinstag? Das ist ein römischer Feiertag, ein altrömischer Feiertag. Das heißt, gar kein christlicher Feiertag. Und später, als die Römer das Christentum angenommen haben, haben sie trotzdem diesen Feiertag gefeiert. Das ist so eine heilige Figur. Diese Valentins ist so, Valentin ist so eine heilige Figur. Die haben festgelegt, jeden 14. Februar, nach 270 werden sie diesen Feiertag feiern und seitdem feiern sie auch diesen Feiertag. Subhanallah, was haben wir mit diesem Feiertag zu tun? Eine Frage. Haben wir was damit zu tun? Nein. Wir haben unsere Festtage. Aber Subhanallah, als der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam gesagt hat, Wer ein Volk nachmacht, so ist er von ihnen. Denn so hat er dich und mich gewarnt, dass wir nicht so sind wie die Kuffar. Ihre Feiertage berufen auf was? Auf Dallach. Nichts anderes. Wallahi, die Christen selber, die noch richtig an ihrer Religion festhalten, die sagen, wir haben kein Weihnachten. Und wir haben kein Ostern. Überleg mal, da sucht jemand nach Eier. Ich meine, Subhanallah, wo sind wir angelangt? Und nicht nur das Schlimme, dass manche Leute das vormachen, dass wir es ihnen nachmachen. Und der, der nachmacht, ist schlimmer als der, der vormacht. Weil der, der nachmacht, der müht sich noch mehr ab, so zu sein wie der, den er befolgt. Möge einmal so wieder alles bewahren. Letzte Frage einmal.